Herzlich Willkommen bei Landwirtschafts-Simulator 2015 auf die Köv-Häuser-Map. Ja, mit mir alleine. Und das Schlimmste ist, ich kann kein Euro Truck aufnehmen, weil weil der Multiplayer nicht funktioniert, also noch kein Update rausgemacht hat. Wie mache ich denn das am dümmsten? Nicht, dass wir wieder hochfliegen. Schmeißen. Wie sieht's an? Jawohl. Noch ein Stück rüber und jetzt... Untertitelung. BR 2018 Jetzt. Nein, dann eben. Das sagen wir. So, jetzt. Die Kamera war noch ein bisschen schlecht. Oh ja. Okay. Jetzt. So, gucken wir mal. Ob das passt? Genau. Die Hänger sind zwar ein bisschen hier. Verrutscht. Na, was ist denn das hier? Hä? Geht einfach so durch. Hä? Was soll jetzt? Das war jetzt irgendwie komisch. Naja, die Peter hat sie in LX-17 angeschrieben. Wegen die Schweine, wegen Schlachthaus und alles mögliche, dass sie wie in Est es zeigen sollen, obwohl ich gar nicht als wie in Est es in Schlachthaus zeigen sollen, wie es wirklich so abgeht. Ich glaube, das ist ja auch schon woanders gehört. Ja, haben halt angeschrieben, entweder die zeigen den, die Leute, wie wirklich das Schlachthaus ist. Oh, das ist ein bisschen langes Ding. Oh, das ist ja mal lang. Oh. Oh, das ist ja auch fast. Oh, das ist ja auch fast. Wie fällt ja in der Hänger um? Und dann zeigen sie halt, wie es wirklich so im Schlachthaus zugeht, oder sie sollen ihn veganen Simulator 2017 nennen. Ne, veganen Landwirt Simulator, irgendwie sowas. Ja, mal sehen. Aber was hängt denn sich eigentlich nicht Tierschutz in ein Spiel rein? Sollen die lieber echte Tiere retten oder so und es hier simulierte Tiere retten? Sag ich es mal so. Ich verstehe es nicht. Ja, bleibt da liegen. Noch ein Stück. Ja. Rum. Ja, dieses Mal können es vielleicht, weil es werden schon. Mal schon mal anschmeißen. Die Bude hier. Der Baum stammt nicht so weit. Ach, Stützfuß. Ein bisschen schräg. Ja. Na, das ist ein wenig an der Früchte. So, ja. Ach, ist gar nicht an jetzt. Bitte. Na, was ist denn das hier, ey? Ach, ne. Nichts mal wieder. Eindeutig zu lang für mich ist der Baumstamm hier oder so. Boah. Was mache ich denn heute? So. Ich hoffe, dass die nächste Folge besser wird. So. Gucken wir mal, ob es diesmal klappt. So. 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 Ohne Aufnehmen dann. Ja. Das wird schon wieder nichts. Was ist denn das hier? Na du... Ja, super. Und wir nix. Uh, der Land ist jetzt so gehangen. So, jetzt aber. Jetzt muss ich doch jetzt funktionieren. Und dann endlich mal. Da ist noch ein wenig vor und jetzt. Ja, sieht gut aus. Gucken wir mal, ob es jetzt funktioniert. Ja, ja, komm. Noch rüber. Ja, rüber, komm. Jetzt, und. Ja, endlich. Jetzt. Machen wir mal so, dass es auch schön so bleibt. Ja, ein bisschen anschubsen noch dabei. Oh, endlich. Hat ja lang genug gedauert. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie LD17 wird. Ein bisschen anschubsen immer wieder hier. Ja. 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 Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Das war's für heute. So, jetzt anheben, rüberwärts, und wieder da drauf tun, jawohl, ja, 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 noch rein. Ja, ich hoffe, dass nächste Folge schneller mit dem Baum geht als diese Folge. Dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Hallo rein. Wenn es euch gefallen hat, nicht den Daumen vergessen. Ja, und noch ein dickes Asphalt. Tschüss.